Servus Leute, vielen lieben Dank für 200 Abonnenten, ich freue mich wirklich und ich danke, logischerweise, ich danke jedem von euch, aber ich bedanke mich für eure Unterstützung und für die Abozahl und für die Aufrufe und für die Hinweise, dass ich, ich bin bestimmt nicht durch den Wind, und für die Hinweise, dass ich, wenn eine Folge mal hängen bleibt, dass ich sie dann wieder korrigiere und so weiter, bla 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 bla, ups. Auf jeden Fall 200 Abonnenten, ich freue mich für den Serienkanal, und gleichzeitig muss ich auch sagen, das ist mir leid, tut das nicht so oft, wie es eigentlich sollte, etwas kommt, weil ich habe gestern Abend schon die Abozahl bemerkt, aber ich hatte irgendwie keine Zeit dazu, mich sofort dran zu setzen, ich habe jetzt die Zeit, man sieht da hinten schon draußen, stockfinster, ich habe den ganzen Tag keine Zeit jetzt, und ich war heute noch beim Friseur, wie man vielleicht sieht, muhaha, weil ich will ja nicht aussehen wie, guckt euch den anderen, setzt sich da schnell hin, macht uns Beste und sieht aus wie, was weiß ich wie. Auf jeden Fall 200 Abonnenten, jetzt schon zum dritten Mal, ich freue mich, ich bedanke mich bei euch, es wird natürlich auch weiterhin Serien bei mir zu sehen geben, ich würde versuchen, Gang hochzuschalten, das nicht so, weil ich sehe gerade, das letzte Video ist drei Wochen her, das tut mir leid, ich werde versuchen, etwas schneller zu sein, ich habe natürlich auch andere Sachen zu erledigen, aber geht leider nicht, deswegen, ich versuche es, ich verspreche es nicht, aber ihr wisst, Leute, das mit der Community sehr am Herzen liegt, auch auf meinem Hauptkanal, und ich habe mir überlegt, dass eventuell, ja, was sollte ich an Special-Line, auf jeden Fall so ein Danke vielmals, Dankeschön und so weiter, das muss auf jeden Fall sein, aber ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht so, weil die Leute, also die Abonnenten vom Serienkanal kennen ja meinen Hauptkanal wahrscheinlich nicht, oder nicht direkt, ich weiß jetzt nicht, wer genau mein Hauptkanal verfolgt und wer nicht, und dass ich eben irgendwann mal, allerdings macht es das erst, wenn ich viel mehr Abonnenten habe, falls ich überhaupt auf 1000 oder 5000 oder wie auch immer hochkomme, dann werde ich so, ja, wie soll ich sagen, dann werde ich eben die Kanäle von meinen guten Freunden auf YouTube vorstellen, also sprich die, weil ich ja Let's Player bin, dann stelle ich eben die Kanäle vor von den Leuten, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich Spaß habe, und so weiter, das wird aber erst dann später kommen, weiter ferner irgendwann mal. Auf jeden Fall, grundsätzlich gilt, Danke vielmals, ich werde versuchen, ja, aufzuheizen, und vielmehr auch so, Danke fällt mir eigentlich gar nicht ein, Danke, dieses Wort ist so groß, es ist so, es ist so allesamt gerade, einfach nur ein riesenfettes Danke, Danke Leute, ihr seid, hier, zwei Daumen nach oben, ihr seid superklasse, Danke, Tschüss.